YouTube Zuschauer, ich bin's doch mal, ich wollte bloß sagen, dass ich jetzt YouTube Partner bin und wenn ihr auf meine Videos klickt und auf die Werbung, bekomme ich ab jetzt Geld von YouTube, das finde ich doch gut, oder? Weil ich bekomme nur Hartz IV und das ist scheiße, da kann ich mir nichts kaufen und das Geld reicht nicht aus. Ich bin jetzt schon pleite, gut, dass ich YouTube Partner bin, hoffentlich kann ich auf YouTube Geld verdienen und ich werde mehr Videos machen, damit ich mehr Geld verdiene und Hartz IV ist echt beschissen, ich würde lieber gerne in der Computerbranche arbeiten als Informatiker, ich kenne mich sehr gut mit Computern aus. Ja, und mir ist langweilig, ich kann mir nichts kaufen, ich kann nichts machen, ich kann nichts unternehmen, weil alles Geld kostet, nichts ist umsonst, danke, tschüss.